Wenn wir den ganzen Urteil überqueren, dann erfahren wir vielleicht alles über die Brut und über die Krio. Er scheint nicht dran zu glauben. Das schwarze Schiff. Das große Schiff, das man manchmal in der Ferne sieht. Die mögen es nicht glauben, Sir, aber das schwarze Schiff war hier in der mittleren See, Sir. Ja, was ist das? Es scheint her zu kommen. Ein Schiff? Es kam aus dem Nichts. Direkt vor uns, wir konnten es nicht umschiffen. Nicht umschiffen. Unmöglich. Der schwarze Schiff soll auf der äußeren See sein. Es kann im sechten Wasser der mittleren See nicht fahren. Falsch. Wahrscheinlich nicht. Das ist doch das große schwarze Schiff. Was nicht mehr als über das Schiff bezeichnen würde. Oder grauen, genau. Es ist weg. Fragen mich, was das war. Es treibt ja hin, Sir. Es ist... Es scheint auch niemand an Wort zu sein. Wenn das stimmt, sollten wir es inspizieren. Es könnte eine Gefahr für unsere Schiffswege sein. So, wir sind daheim. Es ist Raffala. Super. Zu Hause. Sozusagen. Ja, deren Zuhause. Und anlegen. Wir werden in eure Falle angekommen. Das war eine Weile... Genau, aber jetzt steht euch das Schiff endlich bereit. Diese beiden Matrosen bringen euch... ...wohin ihr auch wollt. Danke, Mate. Wir planen über den... HALT! Oh. Was kommt denn da jetzt? Lass mich das machen. Lass mich das Schiff für sie steuern. Mate, ich meine natürlich Gehenmeister. Klar, okay, sick. Mate mag mich beim Leuchtturm zwar... ...geschlagen haben und euch bei Schadis... ...und auch bei Schadis. Aber ich werde euch zeigen, dass niemand... ...ein Schiff besser schlagen kann als ich. Okay, ich bin dann auf der Brücke. Sagt Bescheid, wenn ihr zur Abfahrt bereit seid. Okay. Soll ich mal gucken, ob ich nach Windia kann? Sick ist halt so. Aber einem hat er recht. Er ist unser bester Seermann. Ihr seid in guten Händen. Okay, dann passt auf und viel Glück. Ihr könnt das Schiff jederzeit... ...zurück bringen. Okay. Okay, damit haben wir das Schiff jetzt geschafft. Ja, aber das war es gleich, hätte ich gesagt, mit okay, na? Nee. Das ist doch super. Zum Leuchtturm. Du musst dich nicht extra durch Raffala. Ich habe zwar nicht viele Kämpfe gemacht, aber ich kann auch mal hier zum Begucken. Krieg 7. Sichtigst du, dass... ...vier Diatheben benutzen. Ja. Und bitte ohne Sprachfehler. Danke. Meine Fresse, ey. Du musst deine Zuschauer einfach darum bitten, diese Sprachfehler zu ignorieren. Bootenrate, eine Leute. Moon. Entdeck dir neue Arbeit. Äh, Moon. Moine Arbeit? Entdeckst du nicht bald weiter zu Sailor, Moon? Elft uns, Hilfe. Und ich lege es euch schon wieder vor. Ja, jedes Mal aufs Neue. Ich lerne es nicht mehr. Ja. Okay. Neue Arbeit. Moon. Moon kann aber auch gut bauen. Äh, ja. Gasthaus. Ja. Gasthaus? Ich denke, über das heißt, das war uns. Hallo, warum bleibt ihr nicht einfach bei mir? Was möchtest du tun? Owen. Nachts, schlafft gut. Wow, für 10 Centi. Yeah. Das ist ja richtig klasse. Gut, morgen. Speichern? Teamlich günstig. Und überall vorhanden. Ja. Jetzt weiß man, ob ich das Feen auf der Liebe habe. Und speichern auch gleich. Yeah. Also das ist ja klasse. Okay. Schon mal ein Vorteil bei den Feen. Kosten günstig übernachten. Jupp. Und speichern. Und speichern. Dann weißt du immer, wo du als letztes aufgehört hast. Feen. Dorf. Oh Mann. Jupp. Das ist doch klasse. Ist herrlich. Okay, gucken wir mal. Ob da jemand wieder fit ist. Jemand fit? Ach so. Das meinst du. Genau, da ist meine ich. Ihr könnt dies benutzen, um zu da ist zu uns zugelangern. Aber sie braucht sicher Ruhe. Okay, sie braucht immer noch Ruhe. Na ja, da müssen wir halt noch ein bisschen warten. So. Oh. Ja. und dann die vier von vier wie das hochgeladen ist gut aber auch so klar gerade immer noch weniger guck mal ob ich da reinkomme wahrscheinlich eher nicht wir versuchen wir nicht trotzdem aber ist mal wieder was anderes wenn dir so weit schon länger nicht mehr letzte mal dürfte drei wochen oder länger her sein so ungefähr ach und wir kommen rein oh das ist jetzt spannend was die gefundenen ich liebe es verstecken zu spielen es ist wie ein drama weißt du erst hält man sich nur um sich dann wieder zu treffen wie herrlich danke dass du mit mir gespielt hast und dann kann ich dir eine menge toller Dinge zeigen willst du mein Lehrling werden? ja ich freue mich dir helfen zu können viel Glück wie sage ich jetzt mal um oder bei? also noch ein Meister interessant jeder von denen ist ein Meister und wie jeder hat eine andere Fähigkeit ja ok jetzt brauche ich nur jemand im Team der lernen kann ich nehme mir mal dazu klar mhm oder soll ich oder soll ich oder soll ich oder soll ich nehmen? kannst du auch noch mal gucken wie die Meister ob die alle schon ausgeleert sind oder ja das ist die Frage kannst du ja mal eben reingucken in die Meisterliste musst du einfach ja nur im Camp nachschauen mal schauen was da drin ist ich kann nicht glauben was Ray über das Schiff gesagt hat besonders wo es doch einen so schönen Motor hat hast du dann gesagt ok ich darf das mit einem weiten Grinsen ist er vielleicht glücklich über den Otea zu fahren? der Otea ich habe keine Angst weil es nur dass das Schiff nun lecker geworden was möchte ich zu tun weiter das ansehen so welche meisten sind fertig oder wir müssen einfach mal kurz abklappern die Liste gehen wir mal nach Hondara und zu Merilip ok und Merilip ist zuerst auf dem Weg los wird die Liste das die Liste die Liste die Liste wieder die die Liste die Jiste kimi und die Liste Gucken wir mal Scheiße, das war zu weit Guck mal, wer wen als Meister hat Fahr Bunyan Nun hier so ein Fahrer Auch voll und fiert die Lonzo Nein, dann nehme ich mal Momo, wa? Denk ich mal auch neben Momo Am besten Ich bin auch das niedrigste Level Und dann mach ich einen der Meister nach dem anderen Jo Aber ich glaube das Leveln und so, das macht dann Offscreen Genau Das war zu lang Ich weiß auch nicht wieviel Level die brauchen Achso, ja Werden wir dann sehen Oh hallo, ich kann mich einfach nicht losreisen vom Versteckensspiel So, will jemand von euch mein Lehrling werden? Ja Also dann Momo, ich mache dich zu meinem Lehrling Will auch jemand mein Lehrling werden? Hm, nein Oh, alles klar Wir sehen uns später Boah, du hast mich erschreckt War genau so, als wir noch Kinder waren und du mich fandest Danke, dass du mit mir gespielt hast Als Anerkennung würde ich Dir gerne helfen Warum triffst Wirst du nicht mein Lehrling? Okay Dann, wir sehen uns Hätte nicht gedacht, dass ihr alle findet Und nun mal gehört ihr alles zur Gang Wenn du mir zuhörst, wird deine Kraft wachsen Ich wette, ich sollte dir alle meine Tricks zeigen, richtig? Ja Dachte ich mir Es gibt noch Hoffnung für dich, folge mir Du weißt, wo du mich findest, falls du es dir anders überlegst Du hast mich gefunden, ich gebe auf Ich weiß, wann ich geschehen bin Man sieht es mir nicht an, aber ich bin recht stark Ich könnte dir helfen, wenn du willst Wie wär's? Hm, nein Okay, lass mich wissen, falls du deine Meinung erinnerst Okay, super Das heißt, weiter geht's Weiter geht's So, weiter geht's Gucke ich mal nochmal Mildgearbeit Brunien vorbei Ich glaube, das war auch ausgelernt Hm Dann kriegt er alles erstmal Okay, dann kann ich nachgucken Ja, es sind doch ganz schön viele Meister, die man kriegen kann Ja Ist schon interessant Was möchtest du tun? Meisterliste ansehen Ja, Bunyan ist fertig Ja, Bunyan ist fertig Fein oder nicht Ja, das ist das Ja, das ist das Ich habe nicht Vielen Dank.